Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Timberwee Park. Entschuldigung. So, ich gehe mal kurz nach oben. Und zwar... So, ah, niemand muss mir die Karte zeigen. Okay. So, der muss auch mit niemandem reden. Der kann direkt... Er... 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 Not so does? Jaaah! Okay. As they try to make us laugh. First up, we have Cory. I have big hair. He does! Oh my! That's funny! Am I missing something here? Woo! That's some cape you've got on there, kid. I bet your mom made it with love. I hope there's a Batman look-alike contest for you soon. You definitely win. So convincing. You've gotta be f***ing kidding. That wasn't an insult. It was a crappy compliment. I'm Ransom the Jerk Clown. It's Ransom the f***ing insult clown, you moron. That's not a nice thing to say. You guys are obsessed with this Chuck guy. Seriously, I haven't seen brainwashing like this since the f***ing Manson family. Don't you know it's disrespectful to speak of the dead that way? Especially the faultless Chuck Edmund. What's the deal with all these f***ing Tron machines? The Tron machines have saved our town countless times. There's no reason not to rely on them. You guys f***ing love that pillow factory. It's the lamest claim to fame a town has ever had. The pillow factory closed down ten years ago. Get off stage! Bunch of f***ing Grants. Sounds like someone has to update their jokes. Now we have our final contestant, Cory. What a lovely crowd we have tonight. I can't wait to meet all you wonderful special snowplakes. This is so f***ing unbelievable. I hold you all ransom with my jokes. Clever. Ransom, ransom. So smart. This won't take long to decide the winner. In first place is obviously... Cory! Oh my! Thank you! Cory wins a licensing deal with Mega Mega Toy Company. I'm going to make a cute fuzzy dog. But you can just walk into any toy store and f***ing buy that already. Second place is Cory. Of course it f***ing well is. Totally f***ing rigged. How can anyone compete with Cory? It's a pleasure to come second to his first. You've won a gift card for facial reconstruction surgery. How exciting! Just like my hero, Michael Jackson. Which leaves third and last place to... What was your name anyway? It's f***ing Ransom, you idiot. Oh, your name is Ransom too? That's an odd coincidence. Pity your act wasn't very convincing. So third place goes to the poorly named Ransom. You win an easy listening theremin record by Saikin. I don't want more f***ing junk. Congratulations to those who put some effort in. Whoa... It's turned on! I can't ri- I can't reach that... It's turned on! Was ist das jetzt hier? Hm. So, der braucht einen Hamburger, hat er gesagt. Wir wissen ja, wo der Hamburger war. Warum ändert seine Hautfarbe sich immer wieder? Das sind doch einmal lateinamerikanisch. Warum? Was kann ich für Sie, honey? Hamburger. Ich möchte ein bisschen Essen kaufen. Sure, alles ist auf dem Menübord. Was willst du? Ich habe ein Hamburger. Sorry, honey. Die Hütte Hütte sind schon schlecht. Und ich kann nicht ein neues Package von Hamburger bis sie sind alle weg. Ich möchte ein bisschen Essen kaufen. Sure. Ich glaube, ich bin nicht Hunger. Wie ist das? Was ist das? Ich muss mich nicht sagen. Du sagst! Shut up! Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Okay, nothing is going on. Why even back here? The murder case was closed, right? We just have a couple of loose ends to tie up on the admin side. Oh, well in that case. Is there anything else I can get for you, hon? Do you know much about the pillow fact? Not really. Just that it's been closed since the end. Das hatten wir schon. Bye for now. Anytime. So, er hat ein Würstchen gegessen. Da sind noch drei Würstchen. Daher glaube ich, wenn ich mich nicht irre, dass alle ein Würstchen essen müssen. Würde zumindest so verstehen. Hey Dave! Hey Ransom! Shut up Dave! Just order your food and get lost. I'll have one of those disgusting hot dogs. Knock yourself out with those hot dogs. We're trying to move them before... Well... Ja, jeder von denen muss ich an. Das klingt wie Schreck. Und ich sollte es wissen. Ich, äh, muss ich gehen. Ich fühle mich jetzt besser. So, ich muss mit allen einen Hotdog essen. Sonst krieg ich keiner. Das hätte ich eigentlich vorher schon machen können. Willkommen zurück Dolores. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Es ist nicht schlecht. Lange Zeit, viel Geld, viel Geld. Es ist gut zu haben. Ich wollte nur sagen, ich weiß, dass dein Uncle Chuck ein bisschen ein dick ist. Sie sprechen über mich? Shut up! Dave! Schau, Write-me aus dem Will war ein dick move. Aber ich bin sicher, er war immer stolz. Ich würde so denken. Er war einfach nicht selbst die letzten paar Jahre. seine Faktoren und seine Hände zurückfangen. Verstehen wir noch in ihrer Arbeit an, und sie schlafen. Um, also... Ich würde gerne an etwas Entwürfen. Sure. Everything's on the menu board. What do you want? I'll have a hot dog. Good choice, honey. We're trying to move him out. Eat up, hun, while it's still hot. This hot dog is even worse than the food in the Mucus Phlegm lunchroom. I, uh... Gotta go. So, I feel better now. So, now with one. I hate this town. That's what I believe. So. What can I do for you, honey? I'd like to order some food. Sure. Everything is on... I'll have a hot dog. Good choice, honey. We're trying to move him out. So, now with one. Eat up, hun, while it's still hot. I feel so lachen, when she doesn't kotze. Oh my. That is the worst hot dog I've ever eaten. I... Gotta go. Alle mussten raus. Oh, sie kotzt am schlimmsten, finde ich. Wie kann man sich nach dem Kotzen besser fühlen? What can I do for you, honey? I'd like to order some food. Sure. I'm ready for that hamburger. Alright, honey. Now that you helped us move those hot dogs, you can have a hamburger. Dave, burn one, take it through the garden and pin a rose on it. Ready. I've been saving one here in the grill pocket, just in case. Here you go, hun. Yay. Now I can... ... 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 Fahrzeug? Gib Hamburger ihm. Können wir das jetzt nehmen? Ja. Ich benutze das mit dir. Ich sehe die Kamera. Ich habe keine Kamera. Irgendwo gab es ein Uhrengeschäft. Wo war das nur? So. Safety first saving. Pizza! What? What a free pizza coupon. Wink wink. Ist das... Ist die Pizza gratis oder oder? Ist die Pizza free oder die Coupon free? Ah. Hmm. Ich glaube nicht. Ich verstehe. 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 Das kann gut come into the building. Ich kann nicht, dass es ... Ich kann nicht erreichen. so gibt gibt das das so du benutzt das faszinierend aber das ist doch ein beweis dass dein vater das nicht wahr so gibt das hier gibt das hier gibt das hier es ist mein vater's old pocket watch but it's broken and only a professional will be able to fix it i'm not giving my father's special watch away okay so aha so das dahin thanks wo war nur dieser uhranladen ich hab ihn doch gesehen ich bilde mir das doch nicht ein so hier ist der souffladen hier ist nickelnews glaserdisc us post da war die dame da hinten ist die bushaltestelle und hier ist die b straße pet shop rickys token irgendwas mit haaren da ist nichts da ist nichts hey da was kann ich machen was kann ich für dich tun hier 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 Ich versuche, dass ich dein Innocent wahrnehmen kann. Nun, lass mich es sehen. Das ist eine wunderschöne Warte. Ja, aber sicher, ich kann es fixen. Aber du denkst, ich kann es mit meinen Teufeln fixen? Komm zurück, wenn du die richtige Tools hast. Ich bin Innocent. Kannst du das Warte fixen? Ich muss jetzt gehen. Ich bin hier. Ich bin hier. Oder ich bin hier. Willi, hier sind die Tools du hast. Oh, danke. Ich bin Innocent. Kannst du das Warte fixen? Wenn du das Warte fixen, ich werde... Okay. Okay, dein Warte ist fix. Hier geht's. Es ist mein Vater's alte Warte. Gut als neu. Was hat er noch? Versuch mal wieder das Make-up loszuwerden. Brich in der Kistenfabrik. Besorg den Schlüssel für das Fabriktor. Sammle Elfer. Ach so, die alle sammeln das ein. Ich verstehe. So. Ich kann das nicht erreichen. Gib das. Nein? Okay. So. Ich verstehe nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Das funktioniert nicht. So. Das hat nicht funktioniert. Was passiert eigentlich, wenn ich mit ihm zu der Hexe... War das eine Hexe jetzt? Gehe. Das wüsste ich jetzt gerne. Ach, das war bestimmt wieder woanders, die Hexe. Okay. Was hat sie noch? Aufstehen. Steht ihr das Geheimnis der KI? Brich in die Karten besorgt. Okay. So. Dann versuchen wir's mal mit dem Geist. Versuchen wir's mal mit... Set. The developers seem nice. I don't want to muck up their precious computer. I don't want to muck up their precious computer. That doesn't use electricity. So. Looks like I'm not the only one who doesn't like ransom. Okay. So. I don't know. Can I hear what's? Nein. Pew, pew, pew. Hallo. Chuck is not perfect. Ich würde's gerne zerbrechen. Ich würde's gerne zerbrechen. als space. Puh. Maybe I should just find a hole to crawl into? Pew, pew, pew. I can't do anything right. Maybe I should just find a hole to crawl into? Ach, verzagen. A new Coke-Fending machine. It only sells new Coke, and no one wants that. ah, die ist gar nicht da die ist nicht da ich kann ins Penthouse endlich so aber bevor wir da reingehen machen wir eine kurze Pause und das geht in der nächsten Folge dann weiter mit Timberweed Park vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, falls es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen über ein Abonnement sogar noch mehr und wenn ihr möchtet könnt ihr mir natürlich auch einen Kommentar da lassen ihr könnt mir auch gerne mal reinschreiben, was ich als nächstes spielen könnte so Vorschläge machen wenn ich es noch nicht gespielt habe, dann spiele ich es halt Blind, so wie jetzt hier Timberweed Park dann dauert es ein bisschen länger, wenn es ein Spiel ist, dass ich natürlich vorher gespielt habe, dann sage ich das auch und das merkt ihr dann auch wenn ich schneller durchkomme, weil ich es kenne ja das war es dann meinerseits vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich auf die nächste Folge wenn es heißt Timberweed Park vielen Dank macht's gut Tschüss Bis zum nächsten Mal